Hallo, wir sind Ilan und Anja und bei uns ist im Bauprozess des Tiny Houses wieder der Stein ins Rollen gekommen. Wir haben unsere erste Großbestellung aufgegeben und was auf dem Weg zu unserem Tiny House ist und was an Bestellungen jetzt noch ansteht, das erzählen wir euch heute. Falls ihr uns auf dieser Reise noch nicht begleitet, dann könnt ihr das jetzt tun, indem ihr unseren Kanal abonniert. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wo das ist und die Glocke aktiviert, damit ihr kein Video verpasst. Wir haben ja vorgehabt, mit Palovnia Holz unseren Innausbau zu fertigen und weil es so leicht ist und weil es einfach charakteristische Eigenschaften hat, die uns sehr gefallen. Wir haben dieses Holz aber nicht so leicht bekommen, wir haben es nicht so leicht bestellen können und auch schon gar nicht in Europa zu einem angemessenen Preis und haben uns dann erstmal umgeschaut nach KVH-Fichte, welches wir sowieso angedacht hatten für gewisse Bereiche, wo die Schrauben auch nochmal besser halten sollen. Unser Haus ist ja eh aus Konstruktionsvollholz gebaut, von daher wäre es auch dasselbe Material, mit dem wir den Innenausbau zumindest zum Teil gestalten wollen. Ja, also haben wir uns gesagt, gut, dann geben wir doch erstmal eine Teilbestellung auf für das Holz, damit wir vorankommen, weil wir uns ja gerade im Bestellprozess unserer Versorgungssysteme befinden und diese natürlich dann auch, wenn wir zu unserem Hersteller fahren, gleich installieren möchten. Da brauchen wir natürlich die Trennwände für das Badezimmer und da hatten wir dann auch angedacht, die nötigen Balken und die Riegel aus KVH, also Konstruktionsvollholz, Fichte zu bestellen und die Wände, also die Wandverkleidungen dann aus Pappelsperrholz. Genau, hier wollten wir mit 6 mm Stärke arbeiten. Das Ganze soll einfach nur die Wand verkleiden und braucht keine tragenden Funktionen übernehmen. Dafür oder für alle Aufhängungen haben wir trotzdem einfach nochmal Puffer an KVH bestellt, dass wir dann entsprechend zu den senkrechten Pfosten auch Querstreben setzen können, wo dann Handtuchhalterungen, Waschbecken oder ähnliches befestigt werden können. Beim Küchenpodest wird es so sein, dass wir den Rahmen aus Konstruktionsvollholz, Fichte bauen, aber auch nur den Rahmen, das sind dann insgesamt vier Balken, alles andere soll aus Pologna-Holz sein, aus Gewichtsgründen. Das Fichtenholz wiegt ja etwa 480 kg pro Kubikmeter im Vergleich zu Pologna, da sind wir knapp bei 300 kg pro Kubikmeter und das macht sich dann in der Masse schon bemerkbar. Wenn ihr das Thema über die verschiedenen Holzarten und die einzelnen Gewichte noch nicht kennt, verlinken wir euch das gerne nochmal. Das war ja bei uns auch ein Riesenthema, zu gucken, mit welchem Holz wollen wir arbeiten, was ist verfügbar, was ist bezahlbar. Ja, schaut da gerne nochmal rein, wenn ihr das noch nicht kennt. Dann haben wir das nächste Thema, die Heizung. Oh ja, wir haben nämlich jetzt ein Heizsystem von der Firma Alde bestellt und nicht nur die Heizkörper, sondern haben uns zusätzlich auch für eine wasserführende Fußbodenheizung entschieden, die komplett ganzflächig im Tiny House am Boden verlegt wird, aber auch auf unserem Küchenpodest. Das ist zum Glück möglich, trotz der Erhöhung, sodass wir dann auch in der Küche, wo wir eh die meiste Zeit verbringen, warme Füße haben, aber die Vorräte unten drunter nicht zu viel Wärme abbekommen. Wir haben dann auch ein Mischerpaket, das heißt, wir können die Konvektoren als auch die Fußbodenheizung gesondert ansteuern. Und dann haben wir uns noch entschieden für etwas Luxus und zwar die Alde Flow. Da meinte dann noch der Kollege am Telefon, ja, das ist wirklich so ein Luxus-Ding, also das überlegt euch, ob ihr das braucht. Und wir haben gesagt, naja, das ist aber unser Haus und jetzt sind wir schon mal zu zweit, vielleicht sind wir irgendwann zu dritt. Die Alde Flow ist eigentlich nichts anderes als ein zusätzlicher Wassertank, der das Wasser vorheizt, nochmal zusätzlich zu dem Alde Heizsystem. Das heißt, dass wir eigentlich kontinuierlich warm Wasser haben, wenn wir duschen, wir waren uns nämlich nicht sicher. Und daher haben wir uns dafür entschieden, dass es auf jeden Fall jetzt keine Zweifel mehr gibt. Wir haben 40 Grad warmes Wasser kontinuierlich, so soll es sein. Ob das dann in der Praxis auch so ist und wie wir das Ganze verbauen, das seht ihr dann bei Zeit. Da machen wir natürlich nochmal ein separates Video, zeigen euch genau, wie wir die Anschlüsse verlegen. Wir versuchen ja alles so gut wir können selbst zu machen und wenn wir an unsere Grenzen stoßen, holen wir einfach jemanden dazu, der sich damit besser auskennt als wir. Nächster Punkt. Nächster Punkt. Dann haben wir uns entschieden für eine Wohnraumlüftung, die haben wir jetzt auch bestellt. Das ist eine dezentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Und zwar war uns einfach sehr wichtig, da wir ja Diffusionsgeschlossen bauen, ein Belüftungssystem, B- und Entlüftungssystem zu integrieren, ohne die Wärme zu verlieren, die im Raum eben gerade entstanden ist. Es gibt ja auch verschiedene Systeme, wie man sowas gestalten kann. Für uns waren wir relativ schnell klar, unabhängig von unserer Bauweise, aber alleine schon durch die geringe Wohnfläche. Jeder kennt das, wenn man in einem kleinen Schlafzimmer übernachtet hat und am nächsten Morgen erstmal denkt, boah, jetzt muss ich erstmal lüften. Dass wir einfach das vermeiden und gucken, dass wir einen konstanten Frischluft-Austausch haben. Wir kennen das von unseren Freunden, die in einem Passivhaus leben. Die arbeiten ja heute, das ist ja gang und gäbe, mit diesen dezentralen Wohnraumlüftungen und das war für uns super angenehm. Trotz vieler Leute in einem Raum hatte man einfach nicht so schnell das Gefühl, jetzt mal alles aufreißen zu müssen und dann gerade auch einen größeren Wärmeverlust zu haben. Klar müssen die Lüfter auch über Strom betrieben werden, darauf gehen wir dann nochmal gesondert ein, aber das ist wirklich verhältnismäßig sehr gering, gerade auch, weil man eben keinen hohen Wärmeverlust hat. Das heißt, es sind zwei Lüfter, während der eine Lüfter die verbrauchte Luft aus dem Raum zieht, fügt der andere Lüfter frische Luft hinzu und dann wechseln sie sich wieder ab. Und wie das genau funktioniert und warum das so funktioniert, macht spätestens nach unserem Einbau Sinn, wo wir euch natürlich auch mitnehmen. Und gesondert fürs Badezimmer haben wir dann nochmal einmal Abluft mit einem Sensor, der dann natürlich erkennt, wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit und dann bei Bedarf eben anspringt oder auch wieder ausgeht. Warum haben wir das Ganze jetzt bestellt? Hätten wir auch später machen können. Hätten wir auch später machen können. Wir möchten die Situation einfach ausnutzen, dass das Haus jetzt zur Zeit bei unserem Tiny Haushersteller steht und wir dort dann auch alle Durchbohrungen durchführen können oder ausführen können und er an unserer Seite ist. Also er gleich bestätigt, ja, es hat keine statischen Nachteile oder ja, das wäre sinnvoll oder ja, ich habe zufälligerweise auch die Geräte hier, da haben wir uns mit ihm auch abgesprochen. Einfach Ja sagen. Einfach Ja sagen. Nägel mit Köpfen machen. Und wenn wir das Ding dann abholen, dann sind die Versorgungssysteme zu 70, 80 Prozent verbaut. Und wir können uns dann, wenn das Haus wieder hier im Garten steht, dem Innenausbau widmen. Es geht weiter in unserem Badezimmer. Wir haben nämlich überraschenderweise eine Dusche bestellt, eine Komplettdusche. Wie es dazu gekommen ist? Naja, wir haben uns mit dem Thema Abdichtung auch auseinandergesetzt und irgendwie hatten wir zwar ein doofes Bauchgefühl, ob wir das auch vernünftig abdichten können, wie das dann mit den Fugen im Bad funktioniert. Die müssen ja doch auch ein bisschen gewartet werden. Und wenn da Mikrorisse entstehen, gerade auch durch das permanente Bewegen unseres Hauses, waren wir einfach ein bisschen unsicher. Und haben hin und her überlegt. Und ja, unser bestes Gefühl war dann tatsächlich bei einer Komplettdusche. Also eine Fertigdusche. Ja. Auch wenn das optisch nicht unsere erste Wahl war, aber rein funktionell und mobil, so wie unser Haus ausgelegt ist, macht es für uns am meisten Sinn. Ich finde, die Duschtaste sieht nicht schlecht aus. Es ist eine Glasdusche. So ein paar optische Sachen werden wir definitiv noch verändern. Aber ja, rein funktionell war das für uns, glaube ich, oder ist das für uns ein guter Weg, mit dem wir jetzt zumindest gehen werden. Und das Thema Dusche ist dann somit auch abgehakt. Dann ging es weiter mit dem Abwassertank. Wir haben uns lange nach einem Abwassertanken gesehen, der 150 Liter Fassungsvermögen hat und sehr, sehr schmal ist, damit er in unseren Anhängerpass quasi zwischen den Quertraversen unseres Anhängers im Außenbereich. Und das war gar nicht so einfach, weil wir noch ein bisschen Puffer für die Isolierung brauchen und für das Abwasserrohr, welches ja auch hinausführt. Aber gut, klassischer Abwassertank, flach, gekauft. Genau. Es stehen natürlich jetzt noch ein paar Dinge an. Was als nächstes definitiv noch bestellt werden muss, ist einmal unser Wasserfilter. Da sind wir aber in den letzten Zügen. Darauf werden wir dann zu gegebener Zeit nochmal eingehen. Dann klar natürlich die Pumpe, dann entsprechend die Verteiler, Zubehör, Warm- und Kaltwasserleitungen plus Zubehör, Montagesätze, die Armaturen. Was haben wir noch? Die Trockentrenntoilette. Die Trockentrenntoilette, genau. Die wird wahrscheinlich so um März herum fertig werden. Dann müssen wir noch den Frischwassertank bestellen. Also einfach, dass wir alle Dinge dann, wenn wir vor Ort sind, auch reinstellen können. Im besten Fall anschließend befestigen und viel besser auch planen können, wo genau oder wie genau wird jetzt unsere Treppe positioniert, der Technikschrank und so weiter. Das ging jetzt auch alles relativ schnell. Wir haben einfach ein sehr gutes Gefühl bei unserer Bestellung. Wir haben uns ja lang genug damit auseinandergesetzt mit den Themen. Siehe unsere Videos. Und das waren jetzt ziemlich viele Entscheidungen in den letzten ein, zwei Wochen, die wir getroffen haben. Und es fühlt sich sehr, sehr gut an. Ja, wir wollten ins Tun kommen. Und das fühlt sich tatsächlich gut an, auch wenn wir noch nicht selbst einbauen, aber die Dinge zu bestellen. Und auch, dass wir alles nach Detmold zu unserem Tiny House bestellen, ist auch super. Wir wollen Mitte, Ende Februar, wollen wir in Detmold aufschlagen und bis dahin soll das meiste schon vor Ort sein. Und dann möchten wir auch starten. Ja, wir werden das in mehrere Besuche splitten müssen. Klar, das muss natürlich beruflich und so weiter auch alles organisiert werden. Das heißt, es wird mehrere Etappen geben, aber wir freuen uns. Es ist absehbar und halten euch natürlich auf dem Laufenden. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr immer so zwischendrin noch Updates bekommen wollt, gebt uns einen Daumen nach oben. Falls ihr am Anfang noch nicht unser Video abonniert habt, dann ist jetzt der Moment, das zu tun. Und wir freuen uns, euch nächste Woche wieder zu sehen. Tschüss. 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 Tschüss.